Ich komme aus Afghanistan. Ich bin Journalist und Dichter seit 20 Jahren. Ich wohne in Deutschland, aber ein eiferes Gebiet in Österreich. Ich schreibe Gedichte. Das ist meine Gebietversammlung. Unter Namen. Und das ist auch meine Felsch und Brandung. Das ist meine Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Der Schmuck Aan kia Schulab kann mit hoher und 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 mit hoher behebbar ist, Madern ist, Madern ist, Madern ist. Der Mann ist in deiner Erinnerung mit der Mannschaft. Die Fahre unserer Feinde hat Mattenweichenschein. Ihr General und König wird Durst auf Deutsch genannt. Sieht singend und verbrennend durch Hohen. Heaven from Hell, Blue Sky from Bay. Diese neue Rheinische Zeitung gibt es immer noch. Sie werden staunen, wenn auch nur als Online, Online erklären wir gleich noch, Ausgabe elektronisch quasi, also mit Strom, so wie Licht angeht. Aber die OZ, die kann man, die kann man hier kaufen, ist richtig auf Papier gedruckt, so wie Sie es auch kennen und gewohnt. Das ist ein Mikrofon, einfach reinsprechen. Die ist noch nicht verboten. Und was steht da so drin? Na ja, meistens sehr viele Zitate von Ihnen, schmeichelhaft, aber auch von Friedrich Engels, aber auch viel Aktuelles, aber das sind die Zitate von Ihnen ja auch immer noch. Danke, 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 danke. Das freut mich natürlich, wenn wir unsere Komplimente zu hören bekommen. Bekommen? Wieso bekommen? Na, griechen. Griechen? Griechen. 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 Griechen.